Hello Low Carb Fitties! Heute machen wir ein proteinreiches Vanilleeis ohne Zucker. Ich zeig dir wie es geht. Zuerst vermalst du Erythrit und Xylit zu Puderzucker. Alle weiteren Zutaten kommen ebenfalls in den Mixtopf. Eier, Milch, Sahne, Total Protein Vanilleeiscreme, Chunky Flavor Vanilla Perfection von Moor, Inulin, die ultimative Eiszaubermischung und Salz. Die Eismasse wird ausgiebig gemixt und zwar mit und ohne Deckel, damit sie Luft ziehen kann. Und dann geht's auch schon ab in die Eismaschine. Dein Vanilleeis kannst du frisch aus der Eismaschine genießen oder auch im Tiefkühler einfrieren. Einen guten!